Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Last of Us. Erstmal die letzte der heutigen Aufnahme Session. Mal gucken in wieviel Monaten es hier weiter geht. Euer Blickdorch ist zuerst mal auf die gesurrten Kraugen gegen Kraken vor Kevin gehen. So sieht es bei Thoris genauso aus. Und ja, wir spielen jetzt mal Vorrat raus, weil wir denken, dass man dafür irgendwie zu wenig Vorräte kriegt. Ja, wir kriegen ihn immer noch auf die Fresse und weiß ich nicht. Und mal wieder mit DLCs. Und wir finden keine Gegner. Das ist schon mal ein sehr schöner Start. Das ist das Standard im Spiel. Oh, oh, oh. Sie sind noch keine Gegner. Oh, Draht 35 wieder. Ja, ja. Jesus von Nazareth auch dabei. Oh! Stimmt. Aber ich habe schon 3 von 7 Exekutionen. Ich brauche jetzt insgesamt 15. Ich bin da beim Arschlecken. Oh, dann gehe ich dann wieder weg. Sehr schön. Boah, jetzt geht mal Kommi da, ey. Deswegen mag ich lieber das Server System, ey. Mit Lobby Fitness ist schon immer so doof, ey. Oh ja, ist klar, komm. Yo. Mr. Kaffee, ey. Balu der Bär. Ja. Der wird immer schön geraged heute. Ich bin wieder Rage-Folge hier, ey. Dann geht's. Tore geht's wieder ab, oder was? So. Turage haben wir. Ich? Ich bin immer ruhiger. Ich bin immer ruhiger. Immer ruhiger. Ich mach immer den ruhigen. Pfff, diese Spiel, ne. macht ein weiß nicht seelisch auch klinisch weiß nicht physisch krank manchmal und wieder sind die gegner weg ja kommen nicht zum spielen kommen nicht zum einsatz es gab diese komischen klasse mit revolver und er weiß noch jetzt hast du auch so gerät nur revolver heute bald egal die nur b-promis langweilig oder warten ja so ist bing benutzen weil sie was wegen ist das bing ist jeder und wir dieselben 466 jesus wird man zu uns ist einfach so auf jeden fall erst mal schon mal das war jetzt ein stück vergessen egal ja fette gegner also wir kriegen den 36er und 81 erstmal alle stunden vorstadt kann ich noch nicht sagt mir gar nix der vorstand noch nie gespielt das recht heimatstadt haben wir schon mal nicht mal was neu ist nicht mal die alten gammel maps so ich will jetzt mal was reißen jetzt hier wenn wir mal gegen kevin spielen kann ich jeweils mal jeweils einmal wechseln glaube ich aber nicht mich ist nix und niemand weg doch klar aber ein schuss gekommen wir könnten der last was ja mal ein privatspieler mit ein paar leuten mal drin auf dir spielen wir spielen gegen alex und dennis ja alex dennis wir beide mark kriegen wir auch noch haben mit seinem kollege ja vielleicht können wir auch ein spiel gegen mark machen das wäre auch wieder cool dass das stelle wäre schade ja die ich mir aber auch aber auch relativ auf der linke naja wir können wir können gar nix wir können außer b4 wir können dagegen die man da dadurch wohl ich besser b4 pc machen äh müssen uns ja mal mit anderen leuten auf die kurze gebieten muss ey wo muss ich mir jetzt nicht mehr so schlecht bin ich bin ich auf dem pc aber nicht einfach nur sagen doch du bist auch ein noob und pferd ich ne ja ich bin immerringlich du bist bekämpft ja ich habe letztens folgen gesehen ja die damit ja hab ich doch gesagt die eine aufnahme muss man einen gewinnen lassen mhm bestimmt oh was muss ich denn was ist das was muss ich jetzt hier machen ah die märkten schon mal rand schick aus wow hast du so viel gesehen guckst du auf dem boden und sagst du beim schick aus ohhh geile textur geil du hast gerade mal auf den boden gekommen und sagst du auch was sie mit dem geld aus nee da bin ich mal nicht bei dir ich renne gerade hier durch das Haus das ist ein nagelbombe ey geil kann ich eine bauen das bringt sogar punkte wenn man Gegner abkommt der kann auch eine bauen und dann kann losgehen nur ein bogenspiel ey Alter wo sind die denn was hat das teambelong sing eigentlich oh geil wir sind bei den beiden kackt groß das ist natürlich sehr geil endlich mal ich sage mal in bandage so wo sind die bongos die map ist ganz schön groß die map ist ganz schön groß das ist aber echt riesig ja oh oh ich bin da aus ich bin da hinten 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 ich bin da zwei geholt wir haben ihn mal getroffen das war das auch Nazareth jesus und noch weg Kevin nicht exekutiert fast tot und ja nicht exekutiert ich habe wieder überlebt ach du bist aber wieder überlebt scheiße ja du hast ein cool teambelong ja steh nicht mehr auf mich mögen die halt mit deinen enttäuschenden Toren scheiße ich bin klick ich verwirr wir hinten hier hinten am spawn los hier hinten am spawn los Latsch ne ja du scheiße ja wir hier wär auch gerne wenn wir am team-mate spawnen irgendwie ich weiß nicht ob es hier auch ein bisschen OP wäre boah jetzt wird's weit lauf ich weiß nicht ob es hier ein bisschen OP wäre wenn die leute zusammen rumrennen und dann auch spawnen kannst bei denen oder so irgendwie bei 4 bei teambelong hier ja wo muss ich denn hin wo sind die an alle ihr könnt mal rüber einfach schlafen und dann oben verlieren die Führung Kevin hm hab mich erwischt oh ich habe umgeballert das ist eine platzale Kevin kannst du nicht exekutieren der liegt hinter dir gleich so ein Gegner keine Munition mehr keine Munition mehr keine Munition mehr exekutieren so ja nicht ich bin nicht mehr viele weiter so Tore hier sind ein Gegner haben wir Bruder oh ja hab den ich will erstmal wieder ah ne inzwischen tot schade ist dann seid ihr erstmal wieder gut so exekutieren so BAM Schuss in die Fresse so eindringlich so oh da kommt schon wieder einer hier ist wohl die lol molly ooooh der doppelkirke mit molly ach scheiße ey wir können uns aber eigentlich immer wieder öfter spielen für dich oder? bitte ne aber wir haben mehr ey eigentlich wollte er alle gesagt mitspielen ne ja aber wenn er keine Zeit hat ja dann ist es natürlich ärgerlich aber bleibt uns gerade bock aus leider auch nix bock aber überleg was schon stehen BR4 ne ja kein bock meinschaft ne ja kein bock was haben wir noch zur Auswahl FIFA? wolltest du nicht? na ja na ja nach den letzten folgen auch kein wundern lol das ist ein Event jetzt habe ich jetzt einen Sandsturm gesehen oh ich habe eine Nahrung heute und da wurde ich gemessert wie immer Kevin wird immer gemessert oh ich hab ein exekutiert geht das hier los Tore fucken hier ey das ist doch auch brutal ey das ist nicht vergekattet doch wenn Leute nicht gekattet lol ja das war doch der riesen Schütz da um da da war der großraufstil ankert ach der komm ach so das war gar nicht ankert so scheiße ne im Multiplayer ist wo man im US dort nicht mehr blühen und so weiter war ja weiß nicht noch egal du drünstig jetzt ey wir müssen noch nicht hier jeden Blutspritzer sehen also Peer wird sie aufregen ja war's das ey ich sehe gar kein Knochenbrechen hier scheiße scheiße ich dachte nicht ich dachte nicht für einen offenen Bruch ich kann nicht oh Natsache ist das bei mir die sind alle doch alle ja ich weiß Natsache ist das okay voll Natsache aber nicht mehr Exekut doch die Exekut doch die Exekut sind noch offiziell das ist echt ein bisschen übertrieben so dann werden wir wieder spawnen ja nächste Anschaltaufnahme wird auch Turan wieder dabei das hab ich gehört boah auf jeden ey wenn wir mit dicken dicken Glimmer wieder raus holen was ist das denn ich spawn und werde von der Nagelbombe mit Knoggart werde ich wiederbeleben ich weiß ja der typische Rainbow Typ wie heißt hier wieder vor allem hängen sie Badage hier da liegt der hackt noch einer da sehe ich durch die Wand eigentlich ja ja Aua oh hab ich kassierte Nagelbombe oh nein der Messer nicht oh kämpft immer weg scheiße Taktik ey hallo Rauchbombe Messer so nervig ich verdient voll jetzt ey das ist doch scheiße tot ich hatte gerade ne Keule ich wollte gerade ne Nagelkeule machen aber nein der Typ muss mit ne Rauchbombe werfen mit Messern so automatisch gekauft ich weiß nicht mehr sovon jetzt hier einer erledigt ich kriege jetzt diesen Bug jetzt den ich gleich nicht spielen kann die exekutiert jo den kriegen wir noch glaube ich oh den kriegen wir nicht da ist ein Fahrzeug davor doch den kriegen wir warte also einer hat mir eine Nagelkeule geholt oh ich exekutiert den man erzählt den ich werde bei ihm abgestaut Mann von wo denn von wie denn boah Molotow Mann das ist Museln ey das ist doch scheiße der schimmelt da oben in den mhm warte bis da jemand aus dem spawnen rauskommt und schmeißen Molly drauf ey das ist auch geil wir sind fast da wenn wir noch 2 2 nachschütteln weißt du wenn das verliert das ist wahrscheinlich ja boah ok mit 3 mal ne okay wir versagt die mit 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 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 6 5 5 5 5 3 5 5 5 5 Ja, lief leider irgendwie so gar nicht Aber Machst du nix, ne? Wenn wir einen Teil dafür, dass wir ein dick Minus gemacht haben Oh, scheiße, Minus 23, ne? Oh, Alter Sechs Stück gestorben? Scheiße Na gut, ich geh dann mal raus Vielen Dank fürs Zuschauen Auch danke von Tore, der irgendwie gerade nicht Absprich war, vielleicht hat es Telefon geklingelt, keine Ahnung Jedenfalls, denn bis zur nächsten Folge Haut rein, tschüss Und bis zur nächsten Folge